Hey Leute, Serplin hier. Heute geht es mal um, was weiß ich, einfach nur verwirrt und zwar, ich zocke aktuell kaum noch. So, wenn das Video online kommt, könnte es schon sein, dass ich wieder super in jedem Game drin stecke und dies, das, ananas, so, aber aktuell spiele ich irgendwie, ich spiele kein CS mehr, ich spiele kaum noch Apex mehr. Fortnite spiele ich nur, wenn irgendwer sagt, hey, Bock zu zocken, dann lasse ich mich dann irgendwie mitschleifen, so, habe es trotzdem irgendwie fast auf Level 100 geschafft, so, es ist krank, so, ich, ich, ich spiele quasi fast gar nicht mehr, so, es könnte einfach nur eine fucking Phase sein, aber aktuell bockt kein Spiel mehr für mich, so. Also, letztens Just Cause 4 ist sehr gratis geworden mit Big Game Store vor, weiß ich gar nicht, ist gar nicht so lange her, auf jeden Fall, ich habe das runtergeladen, habe irgendwie ein, zwei Stunden gespielt, habe vielleicht, ich, einfach nur den Anfang aufgenommen, so, ne, habe dann noch so zwei Stunden weiterspielt, dachte mir, ist ein Haufen Scheiße. So, das ist krank, das ist einfach krank, so, früher, Junge, ich habe einfach so scheiße viel Zeit in so dumme Sachen stecken können und mir hat alles Spaß gemacht, jetzt versuche ich irgendwie, mich gerade noch so an die Main Story zu fesseln und verkacke selbst da irgendwie hinterher zu kommen, so. Also, wenn das Video kurz genug ist, packe ich so kurz das Just Cause Gameplay hinter, ich meine, wen juckt's, aber, ne, ich, ich wollte einfach mal drüber reden, so. Es ist Bock für mich, einfach nicht mehr zu zocken aktuell, es kann einfach nur eine fucking Phase sein, aber naja, das ist einfach nur eine Reward für mich in meinem Kopf, so. Also, ich spiele aktuell nur Animal Crossing und, äh, das ist auch nur so semi-aktiv, aber, ey, äh, ich will euch auch nicht damit irgendwie jetzt nerven mit meinen dummen Geblubber, wenn ihr euch das bis jetzt ja trotzdem mir geben habt. Danke, ihr seid cool, ne, vergesst nicht, bleibt toxisch, deabonnieren mich, disliket mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt. Alles, was ich arreise, eh wir uns an, was ich wohnt, ey, ich weiss ballen, wirgano, die gleichengie, ja, nicht mehr, entbubсь here, wir einfach zurückkeлектIA-DISKiyaang. Dann ist das nicht immer wieder an, was der oder einer Untertitelung des ZDF, 2020